Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das muss da sein. Nein! Für die Grauen zeigt das! Ganz schön viel Blut. Soll ich euch einen Stuhl holen? Tut es nicht eng, oder? Sitzen, Mist! Verteilige dich! Verteilige dich! Verteilige dich! Verteilige dich! Verteilige dich! Du bist ja lustig, wirklich! Schon gut, schon gut. Ja... Ich kümmere mich darum. Aber selbstverständlich. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Ich weiß, es mag seltsam klingen, zumal wir uns noch nicht sehr lange kennen, aber ich empfinde... Zuneigung für euch. Große Zuneigung sogar. Vielleicht liegt es daran, dass wir so viel gemeinsam durchgestanden haben. Oder ich bilde es mir nur ein. Vielleicht ist es nur Selbstbetrug. Ist es so? Selbstbetrug? Oder könntet ihr jemals für mich dasselbe empfinden? Nun ist es zu früh für das. Nun, dann werde ich das wohl mal veranlassen, was? Beim Atem des Erbauers. Ihr seid so wunderschön. Ich bin ein glücklicher Mann. Lasst uns jetzt wieder machen, was wir vorher gemacht haben. Bevor ich noch vergesse, warum wir hier sind. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Ich kümmere mich darum. Ja, natürlich. Mir gefällt es hier nicht. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Aber selbstverständlich. Aber selbstverständlich. Es ist gut, das sofort zu erlauben. Das ist gut. Er wurde zufrieden. Er wurde zu einem unvollständigen Ritual verführt. Unkontrollierte Neugier wurde bei diesem armen Schüler zur Gier. Schon gut, schon gut. Ich kümmere mich darum. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Wir wollen was für zu bieten. Bleib vorsichtig. Aber selbstverständlich. Soll ich es nicht, dass ich es nicht so gut zu erleben habe. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR